Ja, schönen guten Tag. Wir befinden uns hier in Köln-Westhofen im Trainingszentrum UPS Integrat und mein Name ist Thomas Scholz. Und die Aufgabe, die wir hier bewältigen, absolvieren, ist das Training von neuen Mitarbeitern und auch das Training unseres Managements. Wir haben verschiedene Sachen, auf die wir Wert legen hier in unserem Training, insbesondere der Arbeitssicherheitsaspekt und auch die Sicherheit im Straßenverkehr. Die andere, man kann sagen, zweite Säule, auf die diese Schulung hier fußt, ist das reine Methodentraining, sprich wie stelle ich Pakete zu, wie hole ich Pakete ab. Integrat ist eine Wortschöpfung der amerikanischen Kollegen. Das ist aus zwei Worten zusammengesetzt. Integrated Graduation. Integrated meint die Nutzung neuer Medien, neuer Technologien. So wird unter anderem sehr viel Computertechnologie in dem Training umgesetzt und durchgeführt. Graduation meint, dass am Ende der Schulung ein Zusteller steht, der für den ersten Tag in der Operation gut vorbereitet ist. Wir gehen auch mit unseren Teilnehmern auf die Straße zum sogenannten On-Road-Training, um halt den Rundumblick zu trainieren. Das Trainingszentrum ist einzigartig in der Logistikbranche und im Maximum können wir 24 neue Mitarbeiter trainieren. Unsere Management-Schulungen haben maximal zwölf Teilnehmer, ist ungleich intensiver und ist mehr oder weniger dann auch ein Train-the-Trainer-Workshop, damit das Management vor Ort in den Zentern dann auch weiß, wo es angreifen kann, nachdem die Schulungsteilnehmer integrat verlassen haben und in den Zentern sind.